Das Leben basiert auf wundersamen Bausteinen. Elektronen sind einerseits Materie, Teilchen, Kügelchen. Andererseits kann es sich als Teilchen auflösen und als Welle, als reine Information existieren. Das Leben ist dabei aber noch viel mysteriöser. Elektronen können sogar beides gleichzeitig sein, Materie und Nicht-Materie. In der Physik nennt man dies Superposition. In der Superposition können Sie einerseits mit einem Bein fest im materiellen Leben Ihrer derzeitigen Lebensumstände stehen und gleichzeitig im Feld der unbegrenzten Quantenmöglichkeiten in einem für Sie sehr viel besseren Leben mit dem anderen Bein. Bis Sie Ihr aktuelles Leben mit der erwünschten Möglichkeitswelle überschreiben. Die Welle kollabiert und als Materie erscheint. Der Schlüssel zu Ihrer Superposition, der Faktor X, ist Ihr Bewusstsein. Reine Bewusstheit ist das mächtigste Instrument des Universums. Wie Sie Meister Ihres erwünschten Lebens zur Superposition werden, lernen Sie, trainieren Sie in meinem einzigartigen Trainingsprogramm Quantum Superiorum. Haben Sie erst einmal die Melodie des Lebens erfahren und angewendet, gibt es kein Zurück mehr. Sie leben dann wirklich, um nie wieder in ein fremdgesteuertes Leben zu entschlafen. Opfer der Umstände oder Schöpfer unseres Traumlebens. Wir haben es immer selbst in der Hand. Probieren Sie es aus. Wir haben es immer wieder in der Hand. Pos PP thriller, tasted bleib Sinn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.